Ja, hallo. Mein Name ist Marion Friedrich. Ich bin seit vielen Jahren Dozentin an der Paracelsoschule mit dem Schwerpunkt Verhaltenstherapie. Und genau dieses Seminar, das eine umfangreiche Ausbildung von 124 Unterrichtseinheiten ist, möchte ich Ihnen heute etwas genauer vorstellen. An diesen fünf Wochenenden beschäftigen wir uns mit den theoretischen und vor allem den praktischen Grundlagen der Verhaltenstherapie vom Ursprung des klassischen und operanten Konditionierens bis zu den modernen Ansätzen der kognitiven Verhaltenstherapie. Es ist eine ausgewogene Mischung aus Theorie und Praxis und immer wieder werden wir in Rollenspielen zwischen Therapeut und Klient auch die Praxis der Verhaltenstherapie so einüben, wie Sie sie schlussendlich in Ihrer eigenen Praxis verwenden können. Dieses Seminar richtet sich an alle Schüler, die die Prüfung zum psychotherapeutischen Heilpraktiker noch vor sich haben, genauso wie an die, die bereits in der eigenen Praxis tätig sind. Insbesondere die Verhaltenstherapie wird bei den Amtsarztprüfungen immer häufiger und immer intensiver abgeprüft. Nichtsdestotrotz ist nicht nur die Prüfungsvorbereitung, sondern vor allem die praktische Anwendung der verhaltenstherapeutischen Grundlagen. Das Ziel dieses Seminars. Ich selbst bin von der Ausbildung her ursprünglich Psychologin, ich hatte Psychologie im Schönen Spanien studiert und Philosophin. Philosophie ist auch das Fach, in dem ich promovierte im Bereich Bewusstseinsforschung und die Verhaltenstherapie heutzutage funktioniert nicht mehr ohne Hirnforschung. Insofern auch durch meine Initiative bei der Gehirnforscherinitiative der Steiermark verfüge ich kontinuierlich über die neuesten Ergebnisse. Ich bin seit mehr als zehn Jahren in eigener Praxis tätig und arbeite insbesondere mit den Schwerpunkten der Verhaltenstherapie, genauso aber auch mit hypnotherapeutischen Ansätzen, die für die Verhaltenstherapie eine große Rolle spielen und mit humanistischer Methodik, genauso wie es die moderne kognitive Verhaltenstherapie heute praktiziert. Unsere Sonderseminare sind auf maximal zehn Teilnehmer beschränkt. Insofern würde ich mich sehr freuen, gerade Sie in einem der nächsten Kurse persönlich begrüßen zu können und verbleibe bis bald, Ihre Marion Friedrich.